Machen Sie sich bereit für ein neues Level von E-Commerce. In Kaiserslautern. Stadt der Traditionen und Legenden. Aus diesem Grund hat es uns ins Herz der Pfalz geführt. Zwischen Frankreich und Frankfurt am Main haben wir für unsere zukünftigen Mitarbeiter an alles gedacht. Ein riesiger freier Arbeitsplatz. Die höchsten und besten Standards für Sicherheit und Hygiene. Denn Sicherheit geht vor. Mehr als 40.000 Quadratmeter Fläche mit sage und schreibe fast 100 Andockstationen, Picktower auf mehreren Etagen, Palettenlager, Platz für jeden und alles, denn in Lautern ist eines ganz klar. Hier geht ganz schön viel. Eines unserer wichtigsten Eigenschaften ist, dass wir die professionelle Arbeitsweise unserer Mitarbeiter beherzigen. Von der Warenannahme, der korrekten Datenerfassung, bis hin zur eigentlichen Lagerung unter der Beherrschung diverser Flurfördergeräte und das nahtlose Zusammenspiel von Abteilung zu Abteilung. Wir legen auf Sie den größten Wert und bezeichnen Sie nicht ohne Grund als unser höchstes Gut. Unser Herzstück ist der Sorter. Mit fast drei Metern pro Sekunde brennen wir schon darauf, dass das erste Paket darüber fehlt. Mit Hallo Kaiserslautern!